Wie für traditionelle Städte üblich, hat auch Budapest einen Weihnachtsmarkt. Der Markt, der zu den schönsten Europas zählt, erstreckt sich über die gesamte Innenstadt, vom Vöreschmati über den Deag bis hin zum St. Istvanter vor der St. Stephans Basilika. Wer besinnliche Stimmung sucht und auch nicht ganz vergessen hat, warum wir Weihnachten feiern, der ist hier richtig. Stimmungsvoll ohne Stress. Dafür sorgen jedes Jahr erfolgreich die Veranstalter. Die Marktstände werden frei von billigem Kitsch und gastronomischen Einerlei gehalten. Grossen Wert legt man auf traditionelles Handwerk und heimische kulinarische Vielfalt. Viele Besucher nutzen die Gelegenheit, aus dem Riesenrad einen Blick auf die festlich geschmückte Stadt zu werfen. Eine Besonderheit ist an der Basilika zu bestaunen. Auf die Fassade der Basilika werden 2D- und 3D-Lichtspiele mit stimmungsvoller Musik projiziert. Eine kleine Eislauffläche bietet etwas mehr Bewegung, als der sonst fußläufige Bummel von Stand zu Stand. Neben dem zentral gelegenen Weihnachtsmarkt hat auch jeder Stadtbezirk seinen eigenen, wie zum Beispiel in Uibuda vor der Allee. Auch ein Bummel durch die weihnachtlich dekorierten Kaufhäuser kann viel Freude bereiten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017